Ich bin hier mit Ingrid aus Holland und du hast dieses Jahr drei NIA Trainings gemacht. White, Blue und Green Bait. Das stimmt, ganz genau. Was hat dich so angefixt mit NIA? Ja, froh zu sein zum Danzen können oder auf meinen Wegen Freude zu haben an der Bewegung. Freude an der Bewegung. Ja. Und du hast auch ein Stück Selbstheilung erfahren können mit NIA, Koordination. Ja, sicher. Das wirkt durch. Also es ist möglich einen Sturzstart zu haben in dieser Technik und in einem Jahr White Bait zu besuchen, weil es gut tut, auch noch den Blue Bait und heute ist Green Bait zu Ende. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Danke, Jun. Danke. Danke für die nächste Arbeit. Danke. Danke.